ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Hallo Leute, Hünderlein und Herzlich Willkommen in einer weiteren Aufnahme! What's! Zusammen mit Mandel! Hallo! Wähle ein Talent! Oh, schau mal, da läuft ein kleiner Lappen-Klinger hier rum. Ähm, wir sind nach oben. Dieser Beobachtungspunkt will geradezu erobert werden! Der Tempel öffnet seine Tore in... Zehn Sekunden! Nö, ich bin wieder weg da, ey! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Das ist schon besser! Wir zerfleischen euch gegenseitig! Die hungrige Beste! Ja, gegenseitig zerfleischen Sie irgendwie. Ja, da fühlen sich... Macht und das sehr toll! Oh Mann, soll ein Lachs da! Ne, nicht mehr, aber fast! Kann dein Hund auch sterben? Ja! Ist der dann extra down, oder wie ist das mit dem Hund? Der geht dann extra down! Ja, nein! Ja, nein! Glaub ich schon! Aber bei mir ist er noch nie gestorben! Ich bin nur gestorben, aber... Das ist aber noch nie gestorben! Zeit, ein paar Knochen zu brechen! Was ist der Sonne? Ja, ich würd lieber den Turm machen Oh, bei mir ist sehr toll und... Nein, sonst war er ja... oh shit Ich muss die Mose-Ali-Nasse-Greinchen Okay, ne. Ich besitze die Seele eines Triggers. Ich weiß was. Dann mal los! Oh, da ist er. Ich wollte es sagen, dann machen wir mal kurz. Ach so, vorne. Beim Turm. Zeig die beiden Turm. Dann kommt er. Dein Arme holen ihn. Oh, der stand in drei. Der ist schockt los. Die haben ihn aber sehr getan. Oh, Mokki. Mokki ist auch so ein Heslon. Ich muss wieder nach oben. Puh. Dann mal los! Hopp! ja ihr seid verletzt sucht einen Heilbrunnen auf auch kein Heilbrunnen ich bin Muradin verdammte Kater heil mich selber auf ja die Tempel sind von meiner Magie erfüllt Wester lasst keinen dieser elenden Stärklichen in ihre Nähe Max ist ein ein du du Oh 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 Wir sind Profis Aber so langsam werden wir auch mal an der Zeit verbossen Zeit mir wo es lang geht Ihr habt schlimme Wunden davon getragen Zeit zum Heilbrunnen Immer eurem Heiler Dann mal los Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen Ja, das war Feuerfuhl Wir wollen sowas вас nicht Na Im Selbst Was ist das? Das war's für heute. Das Licht verblasst in meinen Tempel, bald wird es wieder erstrahlen. Und geheilt. Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen. Zeig mir wo es lang geht. Was ist das? Schlecht! Böse. Oh, dein armer Hund. Ich bin wieder voll kassiert. Mach doch. Oh mein Gott. Ich bin tot. Krieg den, krieg den. Böse. Ja, sorry, kann ich nichts machen. Da ist es... Ich habe zwei Gegner getötet, da war wenig zu machen. Pfff. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Stempel sind eure Schiene nicht verfügt. Böse, lasst keinen dieser fehlenden Stärklichen in ihre Nähe. Ja, das ist eine Knochen. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Die Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich sie schließe. Geil, Scheiße. Nur. Bitte. Komm mal, komm mal. Dann muss ich das schon wieder Solo. Ich bin nicht mehr so viel. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Das war's für heute. Macht Platz! Ja, mit dem Tower jetzt bin ich, von dem wir es. Eure Feinde haben eine Festung vernichtet! Er geht alleine gegen vier Mann rein, das ist auch geil. Ach, zum Zerte! Gut gegangen! Ich glaube, wir stauben den Tower noch ab. Na, das ist ein Wichser. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen! Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen! Nein, wirklich! Ein Hund hat mich geblockt! Assidork! Achtung! Was? Jetzt wirklich von hinten wegmachen! Er freut sich! Bestimmt! Seht mal! Eure Festung ist nichts als Schluss! Asche! Ich fand das gefällt! Ich fand das gefällt! Misch das so! Merkt euch das fürs nächste Mal! Oh nein! Oh nein! Jetzt springt der natürlich! Oh nein! Jetzt springt der natürlich! Und da rechts sind sie! Und da rechts sind sie! Jetzt springt die andere! Ich hab schon ... Mal was wegen dem ... Und jetzt eher wahren als ihr! Euer Lebenslicht ist erlosch! Und wir warten hier! Wo ein Wurki gemeint hat, der kann hier oben allein einfach unser Ding wegmachen. Was ist das? Ja klar wir haben die Begründung in 4x von mir Geht Führt eure Zitadelle an Wollt stehle wird nie auf den Fickern Wollt stehle mit dem Finger Grassoll Ich werde von einem Flitsch verbrückel ich. Geht weg! Ja. Der wär tot. Naja, war eigentlich ganz ok. Auch wenn wir verloren haben. Also wirklich nicht gespielt haben wir nicht. Zeig mir die Gegend mal besser. Ja. Also wenn man bis Level 21 kommt dann kann man nicht schlecht gespielt haben, finde ich. Aber ok. Passiert. Jetzt ist hier Faugus Puter nicht Level 5. Passiert, passiert. Na Leute, ich würd sagen. Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tau duiiiiiooo. Bis zum nächsten Mal.